hallo und willkommen zurück zu assassin's creed unity wir haben jetzt alle farben durch das heißt wir kommen jetzt zum nächsten set müssen wir schauen also das habe ich verbessert das habe ich verbessert das habe ich verbessert hatte mal besitze ich das naja ok es sind auch welche die schon besitze aber die kostet in tausender zu verbessern wenn das jedes rüstungsteil kostet dann wird das zu teuer das kostet nur an das habe ich ja gar nicht gekauft die sind ja stimmt die sind auch da oben gelb im namen wenn man sie verbessert hat kopfbedeckung der leipziger naja es gab ja keine leipziger rüstung anscheinend oder also mir ist ja nichts aufgefallen hat gemacht danach polischer umhang gibt es da was gibt sie überall napolisch napolischer mantel ich weiß nicht ob es nicht napoleonisch sein soll aber napoleonisch ja ok es heißt napoleonisch nach napoleon benannt glaube ich die napoleonischen beine sind dann irgendwo anders hingetan worden wahrscheinlich ja hier mein gott die verdammten katapulte dann gehen wir jetzt zur assassinnen blaufarbe zurück kopf handgemachter napoleonisch napoleonischer umhang gekauft und verbessert für 500 so dann brust handgemachter napoleonischer mantel gekauft jetzt schaue ich einfach so schaue ich in der brust wirklich so aus wie napoleon unterarm handgemachter napoleonische arm schienen ausrüsten habe ich schon die sind jetzt ein gesundheit und ein wert kampf ok talie handgemachter napoleonischer gürtel kaufen und verbessern beine handgemachter ja hier handgemachter napoleonische kniehose kaufen und verbessern ich habe jetzt alle helix rüsse einmal gemacht aber nur 64 prozent wegen den fehlenden daten ich habe anscheinend ein holzfäller hammer irgendwann geanlockt weil die habe ich noch nicht verwendet dann spielen wir jetzt mit holzfäller hammer weil den kann ich mir gerade noch so leisten mit meinen paar credo punkten die jetzt noch übrig sind ja alles so teuer muss wieder leute töten ganz viele wir werden erstmal die quest hier an waffen von notre dame ziel töten die ganzen leute die mich kennen ja ich habe ziel getötet quest erledigt fertig guter konnte das sind immer mega leichte quests alter diskursung ich würde gern wissen ob meine truwe schon voll ist aber also mir wäre zumindest nicht aufgefallen dass es gesagt dass sie voll ist durch die runde sollte man einsperren und niederstrecken so die typen einfach mit holzfäller hammer schlagen 8 munitions kugeln kann ich jetzt haben oder das ist natürlich nicht schlecht aber ich meine klar die haben ja normalerweise keine klingt der polischen leute also haben die mehr muni da die jetzt mal sagen als logik ok wir machen jetzt mal eine schnellreise hier in den anderen bezirk wir machen jetzt hier keine ahnung noch einen mysteriösen rotfall die rache der vorfahren ok akzeptieren und nachbefolgen die leiche von paul terragon anzeichen extremer gewalt der körper ist übersät von blutergüssen die arme und beine wurden gebrochen ok da war ja immer richtig brutal drauf den mörder finden ah diesmal gibt es nur vier hinweise ok da ist die frau was hast du zu sagen ich bin verzweifelt wer könnte so etwas getan haben er hatte keinen einzigen feind ich weiß nur dass er sich sehr über einen artikel in der zeitung erregt hat aha ein artikel in der zeitung oder in der anscheinend verbrannt hat wenn ich hier gerade schon was im feuer sehe mein bester terragon ich habe immer stärker was stärker das gefühl beobachtet zu werden zweifellos liegt es an der unvorsichtigen enthüllung unserer wahren identität in diesem verstandslosen artikel von bg welch geisters schwacher dummkopf ähm ok als hätte die menschen es vergessen sei vorsichtig alter freud dein freund ad paris ruhe des chanoniers 19 ok es am ende klang wie eine adresse ah ja das schaut so aus ich habe jetzt nämlich mehr hinweise die ich sammeln soll ich fahre da jetzt aber erstmal hier und sammeln auch im haus hier hinweise interagieren wir mal mit diesem ding hier was ist das eine sammlung militärischer folterinstrumente in einem schaukasten ah ich kenne die quest bei der du gerade bist ist das die mordwaffe gewesen ähm die zwei typen die tot sind sind die nachfahren von irgendwelchen folterern und die mörderin steht nicht so ganz auf die wahrscheinlich weil ihre eigenen vorfahren von denen erledigt wurden das ist jetzt aber nicht die frau die im sammeln haus steht oder das ist unwahrscheinlich was sagt sie denn ist das nicht seine frau eher ja das ist seine frau ne ich glaube die war es nicht aber mir verrate ich die auch nicht wer weiß vier sätze wurden unterstrichen gott allein weiß wer irrt gott allein weiß wer sich mit sünden befleckt unglücklich wird auf jene niederfahren die uns hier verurteilen mögen bekannte werden dass alle die sich uns entgegensetzen und ihre nachfahren durch die hand gottes leiden werden ok weiß nicht wenn wir das helfen soll hier ist noch ein zettel vorwort des autors viele familien haben ihre nachnamen geändert auf diesen weg zogen sie sich in anonymität zurück und entkamen der rache der opfer und deren nachfahren so hat er seinen namen geändert ich finde es auch eine ziemlich bescheuerte rache was kann denn der enkel bitte dafür dass sein großvater damals so ein arsch war oh lol das ist natürlich gemein leser in dieser zeit des wandels darf frankreich seine vergangenheit ne ja was zur hölle ist das ein text das ist eine zeitung glaube ich dass der artikel ich glaube nicht dass ich den lesen muss naja ich weiß nicht ob die namen so relevant sind also ich habe es so gemacht ich habe alles eingesammelt erst zum schluss gelesen weil diese verdammten einblendungen sich immer überdeckt haben wollte ich nicht immer warten ach so hier ist eine 2 dran äh Dragos Haus blutiges Symbol eine römische 2 wurde mit Blut an die Tür gemalt ok Dragos Haus Hinweise 8 von 8 aber ich habe hier auf der Map lauter andere Lupen ok also muss ich jetzt irgendwo anders sehen besuche Schauplätze 1 von 4 ok das ist ja dann ein bissl greißer das Ding also wir haben bislang eine Person die man verdächtigen kann die es aber wahrscheinlich nicht war weil es seine Frau war die Schläger muss ich verjagen Kopfschulcharakter springen wir müssen die Schläger verjagen weg mit euch ich will in das Haus rein die jetzt neben euch ist oh im zweiten Stock sind die ganzen Dinger ist jetzt Fenster offen ja ist es ok oh da liegt ja noch ein Toter also wurde also ist das sein Kumpel ok Endeffekt ich sag ja 2 dann lesen wir mal eine Sammlung Folterinstrumente ja ok das war der gleiche Text ähnlich wie beim anderen Opfer zeigt auch diese Leiche tiefe Verletzungen gebrochene Knochen stechen durch die Haut hervor in der lebenslosen Hand befindet sich eine ein Anhänger in Form eines Schlüssels es ist möglich dass er dem Mörder entrissen wurde ok ich frage mich ehrlich gesagt würde hier irgendwer liegen wenn man das Haus früher rein geht also bevor man die Quest angenommen hat oder geht das einfach gar nicht äh ich denke die liegen dann auch schon da bitte sei sehr umsichtig bei deinen Aussagen erst kürzlich hörte ich ein Gerücht wonach eine Frau die behauptete eine Nachfahrin der D Mojas zu sein ihre Nase in allerlei Archive steckte es möge Jahrhunderte vergangen sein doch manche Ereignisse werfen lange Schatten ok also ist das unsere Frau naja dann hast du ja jetzt schon hab ich jetzt schon alle nein ich hab 3 von 4 ok wo ist nochmal 4 in diesem Gebäude ach hier hier ist eine 1 an der Wand ok er war der Erste und da kam der Andere dann müssen wir jetzt zum nächsten Schauplatz das ist dann der hier wohl 2 von 4 warte mal wir fallen aber grad nur 3 auf dem Applaus wo soll der 4 sein nein kann man gehen erstmal zum 3 wenn der die 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 r海 warte So, nein, ihr Gegner. Bleib liegen. So, jetzt gehen wir weiter. Ich musste gerade wen oben bringen. Gut, dann schauen wir uns mal hier oben. Okay, gehen wir mal in den ersten Stock. Okay, hier sind wieder Folterinstrumente. Oh, hier lebt ja sogar jemand. Das ist der Nummer drei. Hallo, Mister. Ein Weibsbild wollte mich töten. Mich. Ich konnte sie verwunden, doch sie lief davon. Sie griff nach einem Dolch, einem Erbstück. Ich konnte ihn abwenden und verletzte sie. Das ist ihr Blut hier. Das ist krass. Da ist die Quest ja überhaupt nicht schwer, wenn man wirklich einen Zeugen hatte, der einfach das überlebt hat. Sie floh dort entlang. Man sieht noch das Blut. Dort lang? Okay, danke dafür. Da hast du noch einen Hinweis. Das Bild wollte mich töten. Nein. Mich. Ich konnte sie verwunden, doch sie lief davon. Ah, da sind die weiteren Hinweise, wie es ausschaut. Perfekt. Ich blut, was hier draußen ist. Dann ist hier jetzt der nächste Punkt. Das ist ja ein Verbrecher, den ich umbringen muss. Mensch. Lass mich doch in Ruhe meine Quest machen. Blutspuren. Ah ja, okay, jetzt muss ich den Blutspuren quasi folgen. Du kommst zurecht. Ich folge den Blutspuren, bis ich bei der Frau ankomme. Dann beschulde ich die Frau. Und ich frage mich, was die Frau dann eigentlich sagen wird. Ich glaube, die gestehe sofort. Und sagt, sie hat aber trotzdem recht. Ah, okay. Hier lang. Zeigen mir den Weg. Wo ist die nächste Blutspür? Ach, direkt hier an der Haarstür. Und jetzt sollte ich die Tür öffnen. Ja. Wahrscheinlich kann ich die normalerweise nicht aufmachen. Das kann sie. Steht die Frau. Steht die Frau, da ist Blut. Sie steht einfach hier so da. Und sie hat einen Hinweis. Sie rühmen sich der Taten ihrer Ahnen. Elende Folterknechte. Ah ja. Sie rühmen sich der Taten ihrer Ahnen. Elende Folterknechte. Und beschuldigt. Ihre Vorfahren töteten viele aus dem Templerorden. Sie verdienten einen grausamen Tod. Oh, die haben Templer getötet. Moment mal, dann ist die Frau ja Templerin, wenn die ein Problem damit hat. Ich sollte nicht hier sein. Ich habe nur ein altes Unrecht korrigiert. Ach, ist es die, die behauptet, Nachfahrin von Demolade zu sein? Ja, sie hat gesagt, dass diese Leute, Leute vom Templerorden umgebracht haben. Also deren, ihre Vorfahren. Verstehst du? Ja. Also wenn sie das stört, dann, naja. Und die kommen alle in dieselbe Zelle. Ja, was zur Hölle ist das? Wirklich schlaue Ideen. Jeder Trottel hätte diesen Fall lösen können, sage ich. Dennoch, wähgt eine Waffe, wenn ihr wollt. Jeder Trottel, ja, dann hättest du ihn auch lösen können. Also die Quest abgibst, achte mal drauf. Da gibt es jetzt tatsächlich einen Knopf. Dann bringt er dich gleich ins Inventar, damit du sehen kannst, was das neue Item ist. Scheiße, da drauf ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Aber sind das teilweise Mordwaffen, die man dann freischalten kann? Ich weiß nicht, ob es Mordwaffen sind, aber es sind, glaube ich, ausschließlich Waffen. Aus dem Arsenal der Polizei. Oder Sachen, die vielleicht jemandem abgenommen wurden. Okay. Also hier habe ich jetzt alles. Hier habe ich jetzt auch alles. Ah, nee, nicht ganz. Da steht, da würde noch ein Mordfall fehlen. Aber ich sehe keinen auf der Map. Ja, gut. Ich glaube, ich gehe mal zu meiner Truhe. Weil ich irgendwie vermute, dass sie voll ist. Ich glaube, das ist eine leise Vermutung, weißt du? Hast du das auch manchmal? Nein, habe ich nicht gebraucht. Ich habe es vorhin abgeholt. Ich habe die Erinnerung noch gar nicht abgeschlossen gehabt. Oh, ich bin mit dem Paris-Helix-Mission fertig. Ach, mit allen oder was? Ja, die drei, die im Paris im Zweiten Weltkrieg spielen. Das heißt, mir fehlt nur noch ein Mittelalter. Ich übertiere mich mal hier hin. Naja, eins von drei Belohnungen. Also muss ich sie noch zweimal machen, beide. Hast du die, die du machen konntest, vorhin jetzt eigentlich auch mehrfach gemacht? Habe ich doch gesagt! Okay. Äh, muss man dieses Punkteziel erreichen für die letzte Information? Oder reicht es, wenn man es einfach entscheidet nicht. Ich bin ja einmal zu früh gelieft und habe es trotzdem bekommen. Okay. Ja, das ist cool. Ich habe jetzt dieses Ziel die ganze Zeit erreicht. Ja, habe ich auch die ganze Zeit erreicht. Du hast übrigens gerade wieder gelackt, dass du was mal wieder im Ladescreen. Natürlich schon. Gut, ich würde sagen, das ist doch ziemlich viel Kohle, die man dann kassiert. Ich würde das sagen, weiter geht es im nächsten Mal. Wir werden nicht vergessen. Und ciao. Ciao.